Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Anno 1701 und zwar mit dem nächsten Szenario, dem fünften Szenario, das heißt wenn wir das haben, haben wir die Hälfte der Szenarien geschafft und ich glaube ich habe sogar schon beim DLC nachgeschaut, das hat die komplett gleichen Szenarien, das heißt wir hätten können theoretisch, ich glaube ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube beim DLC hätten wir komplett gleichen Szenarien, das heißt wir hätten auch dort die Szenarien spielen können. Also jetzt aber nicht, aber ich dachte mir ich spiele sie hier, das passt so und beim DLC gibt es dann nur die Kampagne, das ist die Szenarien dann weg, die Szenarien habe ich jetzt hier einfach nur mal gemacht, ja die habe ich einfach hier nochmal gemacht, weil es hier keine Kampagne gibt bei Anno 1701 und ein Endlos Spiel glaube ich, das wäre zu heftig, also ein Endlos Spiel, das wäre glaube ich zu heftig für mich und da dachte ich mir, okay machen wir das jetzt. So, der Fluch des Affengottes, was wir da machen müssen, ich glaube wir müssen einen Affengott huldigen, damit der uns nicht zerstört, würde ich jetzt mal behaupten, aber was wir genau machen müssen, habe ich mir noch nicht durchgelesen und weiß ich auch noch nicht und das werden wir jetzt gleich erfahren. Wie immer natürlich. Unabhängigkeit erlangen, genau das, das ist das Ziel vom Endlos Spiel, Unabhängigkeit erlangen, entweder mit Krieg oder mit Handel, das geht auch. Randolph McCrane ist sich sicher, er hat auf alten Seekarten den Fundort eines legendären Artefaktes ausfindig gemacht, die sagenumwobene Insel des Affengottes. Auf sein hartnäckiges Bitten hin, haben sie sich dazu bereit erklärt, seine Expedition zu begleiten. Und das, obwohl sich zahlreiche düstere Legenden und besagte Insel ranken und Randolph für seinen übermütigen Leichtsinn weithin bekannt ist. Jetzt, da ihr Schiff vor Anker geht, bedauern sie fast die Insel des Affengottes gefunden zu haben. Denn sie scheinen auf dem Eiland nicht gerade willkommen zu sein. Da gibt es nur eins, den Schatzbergen und dann nichts wie fort von hier. Nee, ah, da muss ich jetzt wieder auf Zeit und auf Druck bauen und nicht versuchen, den Affengott, also nicht zu lange auf der Insel zu bleiben, so wie beim Vulkan, das ist schwierig. Für mich sehr schwierig. Ich denke mir gerade, wieso nehme ich eigentlich mit 40 Frames pro Sekunde auf? Ich kann das in meinen Rendereinstellungen nicht einstellen, ich kann da nur 50 oder 30 machen, das hat null Sinn, das hat überhaupt keinen Sinn. Aber okay. Das Problem ist, wenn ich 50 mache und es ist fertig, ist der Ton komplett, passt der Ton überhaupt nicht mehr. Spielsand, also Spielsand, also Spielsand, sowie Mikrofon ist dann versetzt. Das passt überhaupt nicht mehr. Und wenn ich aber 40 Frames mache, die kann ich überhaupt nicht machen, auch wenn es dauer 40 Frames werden, geht einfach nicht. Und da kann ich nur auf 30 Frames runterrendern. Und ja, dann funktioniert. Ich glaube, also zuerst hatte ich ja, ich habe zuerst mal den Verdacht, das liegt daran, dass die Frame nicht stabil ist und deswegen das nicht funktioniert. Und er statt einfach ein Doppelbild zu machen, einfach das nächste Bild nimmt und so sich die Tonspur verschiebt. Oder aufstockt auf die restlichen Frames und dadurch verschiebt sich die Tonspur nach vorne, weil es mehr Videomaterial wird, als es eigentlich vorhanden ist. Und ja, deswegen schwierig. Man müsste da wahrscheinlich dann anpassen. Dann habe ich mir gedacht, okay, das passt wahrscheinlich nicht und habe dann mal kurz gegoogelt, da habe ich mal was gefunden. Okay, es könnte sein, dass die, es könnte sein, dass die Audiospur eine andere Herzfrequenz hat, als es beim Aufnehmen hat. Beim Rendern und beim Dings eine andere Frequenz. Das ist bei mir auch nicht der Fall und auch Ändern auf eine Höhere hat keinen positiven Effekt gebracht. Und da, jetzt bin ich wieder beim Schluss, es sind wahrscheinlich die Frames. Also es gibt, ich habe nicht durchgehend immer zum Beispiel 50 Frames oder 60 Frames, je nachdem was ich aufnehme. Habe ich nicht durchgehend und ich mache mal, glaube ich kann sogar auf 40 runterspringen oder auf, keine Ahnung, 35 oder 45 und es springt halt hin und her. Ja, und da wird dann aufgesetzt, also da rechnet dann, da rechnet dann das Renderprogramm einfach die Frames zu, was grundsätzlich nicht auffallen würde. Ja, das Problem ist nur, dadurch verschiebt sich die Tonsprung nach vorne und dann hast du irgendwo dann einen Schlussteil, was nicht mehr zusammenpasst. Das müsste ich theoretisch, ich müsste das theoretisch richtig schieben. Das Problem ist, ich kann es nicht, weil im Renderprogramm funktioniert es. Es ist nur im Render, also beim Rendervorgang dann das Problem. Aber okay, gut, das, ja theoretisch, ich habe das noch nie angeschaut, ob das wirklich das Problem ist. Sollte ich vielleicht mal machen, vielleicht mal 50 Frames einstellen und dann schauen, ob ich hinten irgendwo ein Problem habe. Ah ja, genau, da ist das Problem. Genau, weil ich mit 40 Frames aufnehme, er erstellt, er wird eine Sequenz erstellt von 40, mit 40 und Render kann ich nur mit 50. Strange. Ah, okay, gut, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, sonst brauchen wir eine ewig. Auf was wartest du? Lass uns ein Kontor errichten. Oder hat dir das Geschwätz des alten Indianers etwa Angst gemacht? Ne, ne, schon, okay, kriege ich hin. Rotschopf. Ich habe schon wieder zu viel gequatscht. Das war total unnötig. Und interessiert das mir so keine. Wir sind ja hier wegen einem Spiel hier, von dem wir... Ich will hier nicht sein. Also, den Hinweisen auf der Seekarte zufolge ist der Schatz bei einem Felsenversteck, der wie ein Affenkopf geformt ist. Dort, das könnte er sein. Mhm. Hey, was ist das denn? Die Insel ist ja bewohnt. Lauter Rot heute. Halt, Bleichgesüchter. Dies ist heiliges Land. Die Insel ist dem Affengott Ikawa geweiht. Wenn ihr euren Fuß darauf setzt, werdet ihr den Gott erzürnen und sein Fluch wird euch treffen. Nothar. Was sagst du? Fluch? Pappalapapp. Gehen wir an Land und holen uns die Beute. Ich kann nicht länger warten. Die werden alle ganz schön Augen machen, wenn wir damit nach Hause kommen. Ich würde lieber ein Konto auf einer anderen Insel errichten. So viel Metzfarmen, dass ich hier genug aufbauen kann, um bis zum Affenkopf zu kommen. Und dann einfach wieder alles aufbauen. Ein Typ geht hin, holt den Schatz. Zwei Typen gehen hin. Der erste steht bei der Falle. Der zweite nimmt sich den Schatz, geht zum Schiff zurück und wir fahren davon. Heben sie in den Schatz des Affengottes. Bauen sie ein Konto und erweitern sie ihr Einflussgebiet mit Hilfe von Markthäusern so, dass der Affenkopffelsen darin liegt. Er ist ja auch nicht weit weg. Er ist ja auch überhaupt nicht weit weg. So, hier haben wir Eisen, das brauchen wir definitiv. Hier ist auch Eisen, das wir auch brauchen. Sinnvoll wäre es mal, sich nach Materialien umzuschauen, oder? Also, es wäre sinnvoll, mal kurz. Wow. Alter, siehst du das? Schwarz. Hell. Schwarz. Hell. Kann ich bei denen, kann ich mit denen handeln eigentlich? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ich, ich, ich muss kurz, ich muss mich kurz ein bisschen umgucken, ne? Hey da, was ist denn los? Hör nicht auf das Geschwätz des Indianers und lass uns endlich diesen Schatz bergen. Auf was wartest du? Lass uns ein Kontor errichten. Oder hat ihr das Geschwätz des alten Indianers etwa Angst gemacht? Nee, ist schon alles okay. Ich suche nur... Okay. Ist egal. Ist egal. Wird schwierig, wird schwierig. Ich glaube, wir sind sogar hier unten besser dran, ne? Wir verlieren Geld. Wir verlieren Geld, wenn wir durch die Gegend fahren und nichts aufbauen. Ich würde sagen, wir sind sogar hier unten wirklich besser dran. Wenn wir hier unten anfangen zu bauen, können wir das Konto besser ausbauen. Aber wir brauchen Leben, das heißt, wir müssen doch hier oben anfangen. Okay, ich versuche mal ein Konto so weit oben zu bauen wie möglich. Keinen Schritt weiter. Ihr wisst nicht, welches Unheil ihr heraufbeschwört. Kehrt um, wenn ihr leben wollt. Reit zum Auslaufen. Nichts da, alter Mann. Behalte deine Schauergeschichten für dich. Damit kannst du einen McRane nicht beeindrucken. Ja. Vorher ist nur raus. Das ist ganz intelligent. So, ich glaube, ein zweiter Fischhütte hat er gar nicht... Oh, der hätte doch noch Platz. Okay. Ja, wollen wir jetzt aber nicht. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen... Einmal ein bisschen... Warte, wo ist denn die Miene? Da muss ich aufpassen, dass ich da nicht verbaue. Ähm... 5 Holz. 5 Holz, 3 Werkzeuge. 5 Holz. Warte kurz. Kann man das? Wir haben 5 Holz. 5 Holz kostet und... Wir haben fast 3... Also wir haben 29 Holz. Das heißt, wir können 5 Kontore bauen. 1... Alter, das geht sich aus. Das müsste sich ja ausgehen, oder? Ich meine, das ist saudämlich, aber das müsste sich ausgehen. Es geht sich grad nicht aus, dass wir hier ein Konto bauen können. Aber... Warte, die wollen mich ja... Das... Das... Was? Ich baue das Teil... Naja, ich muss das Teil hier oben hin bauen, sonst komme ich nicht zur Mine, ne? Alter, ich werde gleich... Was ist das so dämlich? Das müsste reichen, oder? Ah! Ich kann den Schatz schon in der Sonne glitzern sehen. Gleich... Gleich haben wir es geschafft. Es ist zu einfach. Ich glaube, wir werden getötet von irgendwem. Von dem zum Beispiel. Es ist zu einfach. Das kann nicht sein. Huch! Oh, da ist er ja. Ist eine Frau, oder? Nun ist alles verloren. Ich spüre, dass Ikawa erwacht. Und sein Zorn ist unermesslich. Okay. Ist mir aber egal. Lauf! Lauf! Ich baue mal... Ich überlege mal, ob ich irgendwas... Was mal bauen könnte. Hier haben wir jetzt Fisch. Wir haben eine Holzfäderhütte. Die könnten wir theoretisch aufbauen. Ich würde die... Ja, ist schwierig. Brauchst fast zwei. Tja, wir haben es geschafft. Von wegen Fluch. Alles nur dummes Geschwätz. Los, hauen wir ab, bevor die Roth heute Ärger macht. Wie kommtet ihr nur? Ikawa ist erwacht. Hättet ihr nur auf den Tonkas Worte gehört. Und jetzt? Der Fluch des Affengottes ist entfesselt. Nicht einmal die Rückgabe des Schatzes könnte Ikawa jetzt noch besänftigen. Egal wo ihr euch versteckt. Ihr werdet schon bald elendig zugrunde gehen. Toll. Das Spot. Nein, unser Schiff. Jetzt sind wir auf diesem Eiland gefangen. Ach Gott, okay. Ich schwöre dich an. Weiser Mann, gibt es denn gar nichts, womit der Fluch gebrochen werden kann? Wir werden tun, was immer du auch verlangst. Nun gut. Der Tonka wird versuchen, euch zu helfen. Hört genau zu. Einige der leuchtenden Fische und die Stämme des Eisenholzbaumes als Opfergabe könnten Ikawa besänftigen. Die Fische findet ihr in einem See hier auf der Insel. Das Holz jedoch gedeiht nur auf einem kleinen Eiland nördlich von hier. Geht. Wir werden inzwischen alles für das Ritual vorbereiten. Äh, was? Ja, Fische, die Fische sind aus dem See auf der Insel und schlagen sie 10 Tee, das hätten ein Eisenaussbaume, die auf der Insel in Norden fallen. Klar. Ein Vulkanausbruch verwüstet eine Insel. Ach, wirklich? Okay, hier sind die Fischis. Toll, hätte ich das gewusst, hätte ich die Holzfüllhütten jetzt nicht gebaut. Alter, jetzt kann ich das... Alter, ich kann die jetzt nicht mal hier hinbauen. Alter. Okay, da baue ich einen hier hin. So. Das reicht mal grundsätzlich. Muss ich mich beeilen oder habe ich unendlich Zeit? Ich glaube nicht. Ähm, ja, wir brauchen, wir brauchen mal Leute, ne? Das wäre sinnvoll. In ihrer Siedlung fällt es an Gemeinschaft. Ach, scheiße. Wir brauchen ernsthaft ein Dorfzentrum. Ja, okay, wir brauchen ein Dorfzentrum. So. Ähm, ich brauche noch eine Holzfüllhütte, müsste noch drin sein, ne? Dann kann ich destroy mal den Weg hier. Ups. Die Bäume wollte ich jetzt nicht, nicht zerstören. So. Hier brauche ich noch einher und... Okay. So, wir brauchen Holz, Holz, Holz und Werkzeuge. Alter, wir kriegen niemals Werkzeuge. Wir haben... Wo sollen wir die Werkzeuge herkriegen? Ich bin völlig mit den Nerven fertig. Kümmerst du dich um die Sachen für den Indianer? Klar. Ich mache hier schon nichts anderes. Verdammt! Das Werkzeug wird langsam knapp. Wir müssen sparsam sein. Ach, wirklich? Wir haben nur acht. Damit kann ich... Damit kann ich nicht mal... Ja. Ich muss zu den Bürgern aufsteigen und... das ist... Oder wir brauchen nur Holz. Das geht. Eigentlich. Alter, das ist echt heftig. Ich glaube, das ist... Dafür bin ich schon... Das ist, glaube ich, echt heftig. Wo ist denn da ein Vulkan ausgebrochen eigentlich? Komisch, O. Kannst du uns nicht irgendwas geben? Ich meine, das Schiff ist im Arsch. Von dem her... Ich habe diese Werkzeuge eingesammelt, als ich nochmal die ganzen Ruinen durchsucht habe. Nicht schlecht, was? Das ist schön. Ich bin stolz auf dich, Junge. Gut. Ähm, wir brauchen... einen Haufen Siedler. Das ist sowieso klar. Ja. Wir brauchen... Stoffe. Ach, du Scheiße. Wir brauchen auch Stoffe noch. Jetzt muss ich mal warten. Ich habe keine Holz mehr. Wir lassen sich auch Zeit mit dem Produzieren. Vier Holz, Alter. Aber, ja, es ist... Gut, wir brauchen noch Pioniere. Das sollte aber... Das sollte aber gehen, sobald die Pioniere alle voll sind. Ach, du Scheiße. Ja, das ist eine echt heftige Map. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Ach, schön. Wunderbar. Da kann ich ja jetzt endlich das hier bauen. Da brauche ich aber... Ja, da brauche ich sowieso... mehr als genug Holz, von dem her... Vergiss es. Wir müssen die Grundbedürfnisse der Silo stillen. Es könnte... Es könnte sich ausgehen, aber es wird echt knapp. Es wird echt knapp. Na gut, ich könnte aber schon mal anfangen, da so Teile zu bauen. Die Frage ist halt... Ich muss echt knapp beieinander alles bauen, sonst wird das nichts. Und da bin ich echt nicht so der Profi für. Eine Schafsfarm. Die... Es wird sich ausgehen sogar. Okay. Ich baue mal zwei Schafsfarm. Zack. Ist schon mal okay. Ähm... Jetzt warte ich nur noch das Holz für... die Tucherei. Drei Holz. Der müsste ungefähr vier Holz bringen oder so. Das ist schon okay. So. Ich mache da gleich mal eine Sofortabholung. Das ist gleich das nächste, was ich abholen muss. So. Ich glaube, Fisch ist auch noch okay. Der hat eh genug Platz. Die Zeit wird knapp! Ja. Schneller geht's nicht. Kann ich? Ah, das... Okay. Hier geht's nicht. Das heißt, ich kann's nur hier bauen. Muss dann... Ah, scheiße. Das war blöd gebaut. Aber okay. Egal. Muss ich halt... Die Erde bebt unter ihren Füßen. Muss der Wald noch... Der Wald muss halt noch ein bisschen... Ja, das ist aber unnötig. Nee, 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 nee. 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 Lass den Scheiß. Kein neues Erdbeben. Nein. Bitte nicht. Komm, bitte lass das. Alter, ich hab grad was aufgebaut. Ich hab's grad aufgebaut. Okay, es bebt da drüben. Das ist okay. Nee, das ist nicht das Ende. Können noch mehr Pioniere kommen? Oder sind wir... Nee, wir sind... Am Limit. Na toll. So, ich spare mir mal die ganzen Wege von den... Für die Häuser hier. Ist weniger relevant. So, eine Kirche wird dann interessant, wo wir die hinbauen. Das Problem ist, wir haben jetzt alles hier hinten. Das ist auch schlecht, weil der Typ hier... Naja. Der hat so seine Probleme. Okay. Er hat Probleme, das abzuholen, das Holz. Wenn er dann das auch noch abholen muss. Ich glaub, wenn Bürgers... Wenn man... Wenn man dann... Äh... Wenn man Siedler hat, dann... Es sind hier zwei Leute, glaub ich. So, ein... Einen Dings brauch ich noch. Weiß ich nicht, ob's reicht. Nee, reicht glaub ich nicht. Ich brauch's. Was brauch ich dafür? Ich brauch... Ah, ich brauch 96. Nee, das geht sich nicht aus. Okay. Ja, sie sind nicht glücklich, aber... Okay, jetzt muss ich warten, bis... Bis irgendwas kommt. Man kann auch nicht zwei Dinge gleichzeitig abholen. Das nervt mich ein bisschen. Ich weiß, was ich farmen muss. Das ist eh kein Problem. Ich brauch definitiv noch... Ich brauch also... Ich brauch ein Konto, das kann ich hier farmen. Ein Vulkan ist ausgebrochen. Hab aber schon wieder vergessen. Nördlich von hier daheim sind. Okay, ich muss dann... Warte. Okay, also in die Richtung, das heißt... Ich muss mit mir schiftern. Passt. Ich muss mit dem Schiftern hier. So, tu doch was. Uns läuft die Zeit davon. Ich bin dabei. Jetzt entspann dich mal ein bisschen. Wie viel Holz brauche ich denn da? Alter, 6 Holz. Na, kommt nicht nach, wenn der Polen. Das wusste ich. Hätte sollen doch... Das hätte ich sollen doch hier hinten bauen. Aber jetzt ist... Uh! Alter, der greift uns aber nicht an, oder? Ich hoffe nicht. Ich kann... Kann ich dem... Kann ich dem... Kann ich dem... Seinen Schmuck nicht zurückbringen? Das wäre doch was, oder? Das würde mich freuen. Das wäre toll. Ich brauche kein... Also wenn ich jetzt noch Erdbeben habe, dann kann ich... Dann... Äh... Ist es gleich vorbei. Also dann ist es vorbei. Ja, der wird echt nicht fertig mit dem ganzen Abholen. Ja. Na toll. Ja, Stoffe gibt es auch. Zu weh. Also, wie gesagt, er kommt nicht nach mit dem Abholen. Aber ich kann jetzt... Ich kann es nicht mehr umbauen. Also, ich kann es... Ich kann es abreißen. Das würde gehen. Würde aber nicht viel bringen. Sag es gleich... Ich sag es gleich, wie es ist. Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Die wollen mich doch verarschen, oder? Okay, ich verzichte mal kurz auf Essen. Ah, da... Ah, der Vulkan hat genau hier hingeschossen. Äh, was wollte ich denn jetzt? Kirche. Genau. Kirche wollte ich bauen. Kirche muss hier hin. Auch wenn... Ja, das mit der Lehngrube wird knapp, aber geht sich aus. Wir können auch noch ein paar Häuser hier hinbauen. Das... Ist alles kein Problem. Gut, das geht es nicht aus. Okay, jetzt können wir nicht mal noch ein Fisch bauen. Was hat der abgeholt? Äh, dürfte Holz gießen. Okay. So, sofort Abholung. Äh, das mit den Fischen wird auch noch interessant. So, jetzt brauche ich noch mal eine Fischstube. Also schon die zweite, die ich jetzt... Also die dritte, die ich jetzt baue. So, die sind mehr als glücklich. Und ich hoffe, wir können jetzt aufsteigen und wir... Schaffen wir es auch noch irgendwie einen Plus zu bekommen. Ich habe jetzt... Okay, jetzt habe ich überhaupt kein Holz mehr. Das heißt, ich bräuchte noch ein Haus. Ein einziges Haus brauche ich noch, damit das... Damit das ins Positiv rutscht. Aber das glaube ich schaffe es nicht nur im Endlos-Spiel. Weil so... Im Endlos-Spiel kannst du mal, sobald du positiv bist, ne? Kannst du im Endlos-Spiel mal Geld sammeln und... Ähm, bleibst du mal auf dem Stand, wo du bist, ne? Sammelst du ein bisschen Geld. Bis du halt die Menge hast, die du da haben willst. Und... Ab dem Punkt dann kannst du dann sagen... Okay, jetzt baue ich weiter. Baust du weiter und schaust wieder... Dass du immer positiv bleibst. Und ja... Und mit genug... Wartelt. Mit genug Geld auf der Kante. Weil der Fluch seine volle Macht entfaltet. Da drüben ist mir egal. Hauptsache nicht bei mir. Okay, wir liegen jetzt komplett gleich auf. Also wir... Wir... Das passt schon. So, wie sieht's aus? Wollt die nicht aufsteigen? Es müsste ja... Es ist ja alles da. Ihr habt alles. Steigt auf, verdammt. Die Stoffe reichen ja, oder? Was hat denn der abgeholt? Stoffe wahrscheinlich, ne? Oder Holz. Kann auch sein. Ja, Holz. Jawoll. Die Stadt beherbergt nun Siedler. Ja. Boden. Da, hier oben. Sehr cool. Ja gut, das kann man aber... Gerade noch auf den letzten Punkt schieben. Mehr brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche nur Siedler. Mehr brauche ich nicht. So, da müssen wir jetzt... Also... ARD Text im Auftrag von Funk